Willkommen zu einem neuen Vlog. Noch 10 Tage bis zu meinem Kampf. Heute stehen für mich 12 Rogen Sparlinger mit zwei sehr sehr starken Partnern. Heute gehe ich ans Limit. Heute werde ich sehr sehr viel nochmal ausprobieren, was wir im Training geübt haben. Aber bevor es losgeht, gehe ich noch mal kurz zu Mahmoud, lasse mich rasieren und alles weitere später im Gym. Es ist natürlich Tradition, dass ich mir vom Sparling noch einen Espresso Macchiato gönne. Den hole ich mir jetzt und dann geht es direkt ab ins Gym. Heute ein spezieller Gast, Nils Krüber, mein Anwalt. Ich habe schon mehrmals von ihm erzählt und er wollte sich einfach mal anschauen, wie das ist im Sparling. Und ich freue mich, dass du da bist, Nils. Ich freue mich, Felix. Wir werden noch mal das zugeschaut haben. Ja, du da. U seht man. Aard desse Punkt. Lterm nichts zu dir erfahren. Ja, komm. Ja, komm noch mal. 1 2 2 2 3 4 5 5 6 3 4 5 1 1 Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Und du einfach den Zauerstoff vorne einatmen. Entspannend. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war ein langer Tag. Ein anstrengender Tag für mich. Aber es ist sehr sehr gut gelaufen. Abonniert bitte meinen Kanal. Hinterlasst Kommentare für weitere Wünsche. Nächste Woche steht der Kampf an. Wir werden versuchen, so viele Vlogs wie möglich raushauen. Euch so viele Einblicke wie möglich zu bieten. Pressekonferenz, offizielles Wiegen. am Kampfabend natürlich und vor allem freuen wir uns nach dem Kampfabend auf eine ganz besondere Sache mit meinem Liebling Hanuta Barut Döner. So, möchtest du auch noch verabschieben, möchtest du den Zuschauern was sagen? Nein, alles gut. Dann ist gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal.